Hallo zusammen, ich bin Axel Fischer von 99Skills. 99Skills.com ist das erste Karrierequiz überhaupt in Europa, was Spezialisten aus dem MINT-Bereich, also sprich Informatik und Technik, zusammen matcht mit Unternehmen, die auf der Suche sind nach Fachkräften. Bisher war es so, dass Unternehmen zum Beispiel bei Monster StepStone eine Anzeige geschaltet haben und ca. 1000 Bewerbungen bekommen haben. Am Montagmorgen saß da der Recruiter im Büro, guckt alles durch und findet nicht den passenden Bewerber. Gleichzeitig sitzt auf der anderen Seite am Wochenende der User und sucht nach seinem perfekten Traumjob, muss 1000 Anzeigen durchsuchen und weiß gar nicht, welcher Job am besten zu ihm passt. Bei uns ist es so, der User kommt auf unsere Seite und kann nach seinen perfekten Skills suchen, z.B. PHP-Programmierung oder HTML. Man spielt einen Test auf spielerische Art und Weise, bekommt so raus, wo seine Stärken sind und bekommt spielend Jobangebote von Unternehmen rein und so werden die Skills gematcht zwischen Unternehmen und Usern. Das ist weltweit einmalig und wir sind heute hier auf der Startup.com, um natürlich unser Projekt an den Start zu bringen. Der Prototyp ist fertig programmiert. Wir suchen gerade ein bisschen Geld. Also wenn da draußen irgendwo ein Investor sitzt, kann er sich gerne melden. 99skills.com ist die Adresse. Und ansonsten suchen wir natürlich auch noch einen Programmierer für unser Team, um das Team zu erweitern. Also wer Lust hat, bei uns dazu zu stoßen, info at 99skills.de. Wir freuen uns auf euch. Dankeschön. Wir sehen uns beim nächsten Mal.